Maschinenmenschen Crypto City, Fort Meade, Arizona, NSA 16.09.2016 Ungefähr zur gleichen Zeit kam auf der anderen Seite des Atlantik Crowley aus ihrer Mittagspause zurück. Sie begab sich zu ihrem PC und gab ihr Codewort ein. Als sie auf den Bildschirm schaute, fand sie in ihrem Postkorb eine Mail, die sie auf neue Nachrichten von dem Deutschen hinwies. Sie öffnete den Anhang und erkannte, dass Christchow seine biblischen Erkenntnisse um einige Anmerkungen erweitert hatte. Sie blinzelte fünfmal mit ihrem rechten Auge, das vor der OP als das Nachrangige identifiziert und mit dem Chip ausgestattet worden war. Dann ließ sie nacheinander alle Seiten von Christchows Ausarbeitung an ihrem Bildschirm anzeigen und schaute sie intensiv an. In der darauffolgenden Nacht gegen 2.30 Uhr blinkte die kleine LED-Leuchte an ihrem Handy und die Daten wurden an die Empfänger übermittelt, die schon sehnsüchtig darauf warteten. Die Techniken, die insbesondere den menschlichen Organismus um Funktionen aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik ergänzen, ersetzen oder verbessern, sind für militärische Zwecke extrem interessant. Das, was an technischem Ersatz von Gliedmaßen in den Kinos gezeigt wird, spiegelt ungefähr den Stand der tatsächlichen Technik wider. Einer der Vorreiter bei dieser Technik ist die amerikanische Firma Boston Dynamics und es gibt im Internet viele kleine Clips, die die Firma veröffentlicht hat, um hier der Öffentlichkeit zu zeigen, was man vor 10 bis 15 Jahren in dieser Disziplin in der Lage war, herzustellen. Der aktuelle Stand der Technik hingegen wird streng geheim gehalten, aber es ist lange schon möglich, eine Gruppe von Soldaten mittels mikroelektronischer Steuerung taktisch so zu verwenden, als ob es sich um einen einzigen Organismus mit vielen Köpfen und vielen Körpern handeln würde, der sich beliebig aufteilen und wieder vereinen kann. Bereits heute werden Maschinenmenschen, sogenannte Androiden, also Maschinen in Menschengestalt, zu echten Einsätzen mitgenommen und bei leichten bis mittelschweren Aufgaben eingesetzt. Dies geschieht meist bei der Verfolgung und Festnahme harmloserer oder gänzlich wehrloser Zielpersonen. Die Androiden verfügen über selbstlernende Prozessoren und werden nach und nach für gefährlichere Einsätze vorbereitet. Man hofft, dass diese gefährlichen Einsätze irgendwann komplett von den Androiden übernommen werden können, um Humankapital, wie dies in der Fachsprache heißt, zu schonen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann sind Androiden körperlich, emotional und geistig, auch den trainiertesten Soldaten überlegen und werden sie ersetzen. Ein Großteil der Jugendlichen der westlichen Welt wäre wegen ihrer ausgiebigen per se Erfahrung mit Kriegs- und Kampfspielen heute schon in der Lage, Androiden im taktisch-militärischen Einsatz übers Internet weltweit und in den entlegensten Kampfgebieten zu steuern. Die Spieleindustrie macht's möglich und erzeugt hier eine arglos verspielte Generation von Cyberkriegern, die, ohne es selbst zu wissen oder zu glauben, sollte die Technik ausgereift sein, nahezu unendlich zu vervielfältigen wäre. Kampfandroiden könnten dann in jedem Winkel der Welt von Flugzeugen mit oder sogar ohne Fallschirm abgesetzt werden und per Internetsteuerung von Cyberkriegern zum Leben erweckt und zu ihren jeweiligen Aufgabengebieten gelenkt werden. Was für eine verlockende Möglichkeit für die Falken im Pentagon. Wohin diese Entwicklung führt, kann heute noch niemand sagen. Eins aber ist klar. Diese Technik wird weiter extrem vorangetrieben und sie zeitigt erste Erfolge. Das Kino ist insoweit nicht Fiktion, sondern Information. Und diejenigen, die sich mit den tatsächlichen Themen unserer Zeit beschäftigen, wissen das genau. Wenn heute computeranimierte Filme mit irrsinnig hoher grafischer Auflösung über die Kinoleinwände flattern, sagt das dem Fachmann, dass die westliche Welt über Computer verfügt, deren Leistungsfähigkeit weit über das hinausgeht, was der Normalbürger sich vorstellen kann. Diese Kinofilme sind also nicht nur große, schöne, bunte Bilder, an denen man sich erfreuen und zerstreuen soll, sondern sie zeugen von den gigantischen Möglichkeiten der westlichen IT. Und das nicht nur ihren eigenen Bürgern, sondern insbesondere den nach Gutdünken definierten Feindstaaten. Diese Kinofilme sind geheimdienstliche Auftragsarbeiten mit einer Botschaft an die Welt, die der Mann von der Straße nicht versteht, aber an der Kinokasse bereitwillig mitfinanziert.